Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Lässig Snipen. Mein Name ist Tarkofle und heute snipen wir Lässig zu dritt. Die drei Ur-AGBs sind am Start. Der Nils, der Louis und ich. Wir snipen zusammen eine Runde auf London und eine Runde auf Quarantan. Auf Quarantan packe ich auch den neuen Kaskin aus. Die Kommandant sieht schon sehr nice aus. Die beiden Runden waren auf jeden Fall sehr, sehr lustig. Es waren super viele, super geile Kills dabei. Ich habe insgesamt 62 Kills in den beiden Runden gemacht. Ich denke, ihr werdet Spaß haben. Es war angenehm Lässig, angenehm nice. Es gab ein Quad, es gab ein paar Dribbleshots und super komische Gegner. Vor allem auf Quarantan, wo ich eigentlich alles andere erwartet hätte. Denn wir sind in das Game gestartet, als es schon voll lief und unser Team gelieft hat. Und da dachte ich, oh, entweder sind die Gegner gut, hacken oder sie schimmeln nur irgendwo. Und ja, das letzte war der Fall. Sie haben nur geschimmelt, aber schlecht. Wir haben es auf jeden Fall easy peasy gedreht. Was bleibt uns auch anderes übrig? Wir sind die asozial geile Boys. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Gameplay. Also? Ja, ich habe ja gesagt, ich spiele nur Akimbo. Ja, ne, aber wo sind die Leute, Alter? Sind die alle tot? Ich spiele auch. Straßentrauen, das ist ich nicht. Ne, das sind auch nicht Docks. Wo? Zwei. Doch, Straßentwickle, Leute. Sind bei dir so da, ist er nach. Ja, ich bin auch Widerstands-Boy. Ich habe ihn gesehen. Bestklasse. Ja, ich konnte ihn annehmen. Aber das schläft Mist, blöd, weil man genau hintereinander gelaufen kann. Warum will... Der, der liegt. Boah. Ja, die liegen gerne. Schasse. Habst du beide dahinter? Ich bin gerade im Wachwechsel. Ich muss den auf den Maus wegmachen. Das nervt. Ne, der hat nicht Pumpgum. Ja, ich auch. Ja, wohl für die Verhandlung. Bam! Der war vorhin Sniper und... Bierfachabschuss. Nein, und dann werde ich weggerusht. Keine Munition, der! Nein, dann werde ich weggerusht. Ich muss mich jetzt die Sprüche klauen. Nein! Ja, da war einer. Einer ist auch unten. Jetzt kommen sie alle oben. Nice. Nice, Nils. Go for it. Believe in your dreams. Don't stop. Believe in. Guck dir mehr Score an. Nein, nein, nein. Jetzt sind wir uns geflippt. Ja, das ist geflippt. Nice, nicht gestörtlich. Boah. Boah. Klasse macht wieder riesig Schock. Ohne geht raus. Boah, der Grigscope. Und dann spawnt der wieder da links. Fuck you, Alter. Oh, 18-3. Nein, damit Thomas. Kleine Lokomotive. Aber ich sitze auch so in den Schottschock. Alter, das war ich, weil ich gerade alles weggeholt habe. Aber also, Mann, einfach mal so wenig wieder da. Oh, Gott, der war so knapp. Nee, Thomas. Komm, Thomas, piek. Pieck, pieck. Denn, ich wusste das für ein Stück. Ich hab's dir prophezeit. Oh, Alter, sind da Grigskopf dabei. Oh. Ah, da hat er schön geschossen, der Arcon. Wow. Ja, nochmal. Oh, jetzt kämpft er da hinten. Hat er sich festgekämpft. Score versaut. Der Arcon. Rufen kann er raus. Everything, that's wrong. Thomas, du bist so ulti. Guck, bist du? Nein. Nein. Oh, das war ein cool. Mann. Mitte, Mitte, Mitte. Ja, ich bin hinten, gerade. Geh no scope raus, du scheiß Schuss. Boah. Dann eben du. Du nid. No aiming. Was machen wir denn da, Duke? Alter, würde ich mich verarschen? Boah. Er ist so geil, Alter. Ich liebe diese Diskussion. Ich habe gar keinen Plan. Straße. Nein. Da waren aber so krasses Snipes dabei. Ah, jetzt pushen sie so hart, ey. Erst heulen, dann pushen sie so hart. Können sie auf einmal überhaupt so geheult. Ich denke mal, das wäre so easy. Wird gar nicht. Oh ja, da sind jetzt alle scheiße. Oh, der hat besser angefangen, wie sie aufgehört hat, die Runde. Oh, der Headshot. Ah, den habe ich auch noch nicht geholt. Ich mag da oben. Oh, das ist lange, da ganz lange. Nein, der Akon. Oh, Mann. Wir kriegen die letzten Kills, den wollt ihr mich verarschen? Wir haben nur noch. Double up. Geil. Das war musst du safe was kennen. Ich hatte einen Ende angeheften, der hat zwei getötet. Ich habe Quad, Nils. GG. GG. Nee, ich dachte dann so, wie ist die Dekat oder sowas? Nee. Nummer eins. Das war der, der die Treppe hochläuft. Schöne Runde, schönes Ding. Shit, man. Nee, nee, der Akon. Eigentlich die schönste Map vom Design und vom Layout her. Aber was die Spiele hier draus machen, das ist so lächerlich. Ich werde dann meine Faust voll auf meinen Hoden. Geil. Was? Der überlebt das, Alter. Willst du mich verarschen? Was habe ich denn da für Klass, Alter? Ich gucke es mir noch einmal an, aber eine scheint mir ein Hacker zu sein. Also der kann aber auch hart schimmeln, das machen hier viele Leute. Äh, der hat nicht beschimpft. Der ist auch gelaufen und hat irgendwie so komisch durch die Wand geguckt, wo ich halt. Gut, unser Team ist jetzt auch nicht so stark. Mit 2,14. Da kam ich von hinten. Ist noch schon voll im Spawnrape drin. Ja, hinter mir. Nice. Mit K-Knopf. Nice. Rune geht raus. Haben gewurfen. Boah, da waren zwei. Am MGM im Haus. Rechts sind zwei. Geht immer dort rechts neben dem Panzer. Vollidioten. Hinter dem Panzer 2. Einen habe ich gewurft, mein Satt. Die gehen immer dorthin. Immer. Ey, schieß ich euch gerade am Ohr vorbei die ganze Zeit, oder was? Einer pusht mich hier. Hast du? Ja, noch nicht. Hubs, hubs. Im Haus ist noch... Ja, geil. Mein Mate macht da Geräusche wie blöd und deswegen hört der uns. Ja, gerade ist es schwieg. Hast du noch... ...ausgabt? Ich muss nur Flieger fliegen, weil sonst ist er nachher wieder doppelt. ...ausgabt? Jetzt haben wir dreht das Game noch, ha? Ich hoffe es mal. Nee. Hallo von mir, die Munition ist leer. Habe ich den da gerade so schön gewurft, mein Satt. Durch die Fensterbank, Alter. Oh mein Gott. Der Quot. Er legt sich da hin, Alter. OMG. Noch vier Kills und haben wir aufgeholt. Komm, nimm ja aus ihrem Spawn raus. Sie frauen sich nicht mehr. Ohne. Ah, ist unser. Ganz rechts im Spawn. Ja, die kommen da aber nicht raus, Alter. Deswegen laufen. Nicht so nötig schreien. Boah, ich mach's nur platt. Wie ist es bei dir? Ach, ich dachte, das bist du. Ja, doch nur. Okay, ich. Ich bin im Spawn. Oh Gott, im Himmel, dieser Kill. Gnadenlos. Ah, ich bin gleich ein Spider. Boah, könnte geblitzt sein. Ja, ist auch. Kommt trotzdem. Oh, weil er geleckt hat, habe ich nicht getroffen. 26,5 Game gedreht. Geil. 12, 4. Ui. Da, die waren durchgehend da hinten. Das ist so geil. Oh, nice. No, so dreht man ein Game ganz schnell, würde ich sagen. Ah, herrlich. Wir sind gejoint bei 13,26. Ich habe 26,5 gespielt. Tschüss. Tunnen. Tunnen. Bunnen. Bunnen.